Die Zornesfaltenbehandlung beginnt immer mit einer Beratung. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Zornesfalte oder die Stirnregion insgesamt behandeln können. Hierfür muss auch natürlich das gesamte Gesicht analysiert werden, um es harmonisch zu gestalten. Nur so können einzelne Regionen perfekt aufeinander abgestimmt werden. Aktuell behandeln wir hier das Ganze ohne Botulinumtoxin, nur mit Hyaluronsäure. Das war der Wunsch der Patientin auch hier. Ich denke, sie wird ein sehr, sehr schönes Ergebnis bekommen, ein natürliches Ergebnis. Nach 14 Tagen kommt sie nochmal zur Kontrolle und dann schauen wir uns das Ganze an. Aber jetzt kann man schon bereits erkennen, wie natürlich das Ganze verläuft und sie ist sofort gesellschaftsfähig.